Inzwischen können beide Frauen vom Biohof leben. Das war nicht immer so. Amelie ist eigentlich Soziologin und Franziska-Geografin. Der Milchschafhof, ein Wagnis für die beiden Akademikerinnen. Wir haben mit drei Schafen angefangen. Von daher sind wir mit denen gewachsen. Wir haben auch von denen viel gelernt. Sie gehören quasi zur Familie und haben alle einen Namen. Das hier zum Beispiel ist Ottilie, nach einem Kind aus dem Dorf benannt. Die wollte gerne, dass wir sie... Genau, Ottilie. Das ist hier Helmer. Hier ist Milder. Anfangs züchteten sie nur ostfriesische Milchschafe. Jetzt kamen slowenische Bergschafe dazu. Die kommen auf den kargen Böden Brandenburgs einfach besser klar. Was magst du am meisten von den ganzen Arbeiten, die so anfallen? Das Melken. Das ist irgendwie so eine... Ich höre dabei immer Radio, trinke morgens einen Kaffee und so eine schöne Stimmung. Und so die Zeit, die ich für mich habe pro Tag. Und ich bin auch gern mit den Tieren so nah. Also es ist so eine Vertrautheit. Wir melken 36. Nächstes Jahr wollen wir 48 melken. Und das ist aber dann auch die Endgröße. Also so um die 50 mehr wachsen können wir nicht. Der Traum vom eigenen Milchschafhof.